Ich, Egon Schmidt, der Autor dieses Buches von Hauptberufswegender Informatiker, 62 Jahre alt, über 35 Jahre IT-Erfahrung, speziell im Backend, große Server, große Storys, möchte euch hier erklären, warum ihr das Buch unbedingt haben solltet. Ich habe zu viel gearbeitet und bin von meinem Chef, wie das häufig ist, verheizt worden. Dadurch hatte ich im Juli 2021 einen Schlageinfall. Ich habe mich lange und zäh zurückgekämpft. Am Anfang konnte ich die Finger nicht bewegen, nicht schreiben und so weiter. Irgendwann konnte ich schreiben mit Mühe, drei Sätze, sehr, sehr fehlerbehaft. Aber um überhaupt irgendwelche Ergebnisse zu bringen, irgendwas posten zu können, irgendwas im Buch zu schreiben, habe ich mich notgedrungen mit der KI-EI beschäftigt, Künstliche Intelligenz. Weil so gelang es mir rucki zucki, drei fehlerhafte Sätze auf 20 richtige Sätze aufzublasen, wenn ich mal so sagen darf. Ja, und wenn jetzt jemand denkt, ah ja, das ist doch anonym, das ist nicht deine Handschrift und das ist nicht deine Formulierung, das ist halt Halbwissen. Natürlich kann man die KI-EI mit seinem Schreibstelle, mit seinem Wortschatz, mit seinen geschriebenen Büchern anladen. Und so habe ich mich notgedrungen damit beschäftigt, systematisch und gut damit beschäftigt. Irgendwann wollte ich gar nicht mehr ohne KI schreiben, weil es halt lange und zäh war. Und mit der KI habe ich halt aus drei fehlerhaften Sätzen 20 gute, richtige Sätze gemacht. Nur logisch, dass man, obwohl ich die ganzen Bildbearbeitungswerkzeuge wie Photoshop, Gimp, Procreate, Ibis Paint und so weiter kenne und kann, habe ich mich auch damit beschäftigt, die mit der KI-EI Bilder zu machen. So bin ich in dieses Thema reingewachsen, da, obwohl ich auch Videos schnitt kann, Final Cut, Da Vinci, KineMaster, Clip Jam, Tube Cut und so weiter, habe ich mich auch mal damit beschäftigt, eigentlich mehr aus Neugierde mit der KI-EI Filme zu machen. Und so hat das eine das andere ergeben, natürlich ist es ein dummes Vorurteil, wenn jemand sagt, die KI zerstört die Kreativität, das ist Humbug. Was du vorher konntest, kannst du immer noch. Wenn du vorher Gedichte auf Deutsch und Englisch schreiben konntest, kannst du es immer noch. Aber mit der KI kannst du halt auch Gedichte auf Französisch oder Russisch oder Türkisch schreiben. Also KI ergänzt und erweitert deine Kreativität keine Spur von Zerstören. Nachdem ich mich lange und systematisch damit beschäftigt und gemerkt, viele, viele Menschen haben eine Berührungsangst zu KI und wissen nicht, wo anfangen, kam die Idee, ich mache mal einen strategischen Überblick über KI in einem Buch. Und das ist in diesem Buch vorzüglich gelungen. Deshalb, ich möchte mal ganz hart sagen, kannst du dir ein Büro vorstellen, heute im Jahr 2024, in dem noch eine uralte Triumph-Adler-Schreibmaschine steht und die Briefe so geschrieben werden. Unvorstellbar und gibt es auch in der Praxis nicht. Jedes Computer hat heute, jedes Büro hat heute Computer. Und so wird die nächste Revolution sein, dass überall in wenigen Jahren KI eingesetzt wird. Und wenn du dich dagegen sträubst und dagegen wirst, dann wirst du gehen. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. So einfach ist das. Ich bin ja 62 Jahre alt. Ich habe zu Beginn meines Berufsdämpfers natürlich auch in Live kennengelernt. Ich kannte begnadet gute Ingenieure, die am Zeichenbrett geniale, geniale Konstruktionen gemacht haben und sich gesträubt, geweigert haben, ein CAD-Programm, Computer-Added-Design-Konstruktionsprogramm zu landen. Es ging noch zwei, drei Jahre und dann waren die Zeichenbretter im Büro abgebaut. Wer nicht mit der Zeit ging, ging. Es wurden selbst erfahrene Ingenieure mit 30 Jahren Betriebszugehörigkeit und Inhaber von zehn Parteien entlassen, weil sie sich geweigert haben, mit der Zeit zu gehen und im Konstruktionsprogramm zu modellieren. Also ich bitte euch in eurem Sinne, im Sinne eurer Zukunft und eurer Kinder und eurer Jobs und eurer Ratten für euer Haus und so weiter, beschäftigt euch damit, denn es wird, Zitat, Bundesarbeitsminister Heil in 2028 keinen Verwaltungsarbeitssatz mehr geben, der nicht von der KI ergänzt und erweitert wird. Das ist 100% sicherer Erkenntnis und das habe ich hier halt in diesem Buch eklatant gut dargestellt. Natürlich gibt es noch Kontrast zu KI, wo die überhaupt nicht hingehört, aber das rechtfertigt nicht, dass ihr euch demgegen entzieht, ist in Militärtechnik Zielfindung. Also eine Drohne fliegt irgendwo rum und sieht einen Bär, der einen Taliban rumrennen, auf die Wiese, mit etwas in der Hand, was aussieht wie eine Kalaschiko und die Drohne entscheidet selbst, ich greife das an und schmeiße eine Bombe hin. Also das, da gehört keine Jacke hin, aber ins Büro, in die Verwaltung, für Schreiben, für Recherche, für Übersetzen, für Bilder, für Videos, für Archivieren und so weiter, gehört die natürlich hin. Das ist doch heute auch schon so. Wenn du etwas nicht kannst, holst du einen, der es besser kann. Zum Beispiel einen SEO-Experte, wenn du selber keiner bist, holst einen SEO-Experte und lässt deine Posting, dein Blog, was immer auch, sehr optimieren. Ja, und ich habe all das zusammengefasst, welche Nutzen du von der GRS in diesem Buch und ich bitte euch, beschäftigt euch damit, denn es ist in eurem Sinne. Und wenn ihr denkt, ich erzähle euch das jetzt, weil ich das Buch verkaufen will. Klar will ich es verkaufen, aber ich will euch helfen. Wenn ich ein Liebesroman geschrieben hätte oder eine Schmieren-Komöte im Höchsteren ist der Teufel los, da kriegst du rucki zucki zehntausende Käufer. Mit einem technisch ansatzfundierten Buch ist es erheblich schwerer, als ich habe es geschrieben, weil mein Herz danach verlangt, dass es rauskommt in die Welt und dass ihr meine Geschichte könnt. Ich wäre heute noch fast invalide, gestörter Feinmotorik, könnte kein Video-Schnitt machen, kein Buch schreiben ohne KI-Hilfe. Natürlich habe ich in diesem Buch, wo es um die KI geht, auch die KI beauftragt, für mich zu recherchieren. Natürlich habe ich die KI auch in meinem Sinne mit meiner Wortwahl und meiner Formulierung angelangt. Also das ist weit mehr als einfach nur im Store, ChatGPT holen und was reinhämmen und was zurückkriegen. Dazu möchte ich noch was sagen, ChatGPT ist ja amerikanische Software und arbeitet auf Englisch. ChatGPT kann gar kein Deutsch, das heißt, wenn du auf Deutsch eine Frage stellst, dann tut ChatGPT im Hintergrund einen Translator, meistens den Google Translator bemühen, tut deine Eingabe auf Englisch übersetzen, sucht im englischsprachigen Teil des Internets, findet ein englischsprachiges Ergebnis und gibt dieses Ergebnis wiederum an Translator, um dir ein deutschsprachiges Output zu geben. Es gibt auch deutsche Geist, die genau diesen Weg nicht gehen müssen, also ohne Übersetzung, und die auch im deutschen Internet suchen und fündig werden. All diese Aspekte sind im Buch behandelt. Ich bitte euch, schaut es euch an, es ist von eurem Vorder, ihr habt den Nutzen, nicht ich. In diesem Sinne, danke, euer Egon Schmidt.